Norddeutscher Rundfunk 2021 Was hast du denn? Du bist schön. Was ist das? Was denn? Es hat so schön knackst. Knacken es? Hast du dich ja eigentlich? Ja, jetzt schon. Ja gut, wir gefreut haben mit dir, wenn du den Mann kein Essen riechst. Wegen deiner Mutter. Du magst mich nicht. Ich fürchte mich dazu. Jetzt geht es, wird schon. Siehst du nicht, dass die so blöder wird? Die wird sich schon erfinden. Gibst du halt ein wenig Zeit? Alle sollen wir uns freuen Wie viel Schatz hat uns der Herrgut geschickt? Sag mal Agnes, von was tut das Kind her? Ja. Ja. Jetzt stellst du auf und ziegst dich an! Meine Mutter ist in Davies Boot. Grüß dich. Ja. 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 Ich bin zu ihm.